Alles in Ordnung? Alles bestens. Das sieht aber nicht so aus. Ich rufe Hilfe. Da hängt ein kleiner Hund im Baum. Oh oh, das ist aber kein guter Platz zum Abhängen. Keine Sorge, wir holen dich da schon runter. Ich habe keine Angst, aber das Wasser da sieht irgendwie kalt aus. Und ich bade lieber schön warm mit Badeschaum. Dieser Pfad ist zu schmal und zu steil. Chase, dein Netz. Der Kleine braucht etwas zum Hochklettern. Ein klarer Fall für Chase. Rucksack. Netz. Wow, cooler Rucksack. Und cooles Netz. Danke. Also gut, kleiner Freund. Klettere rüber, aber langsam. Ich habe doch gesagt, mir geht's gut. Danke, danke, danke. Keine Ursache. Hey, das kitzelt. Danke, ihr habt mich gerettet. Das machen wir ständig. Hattest du Angst in dem Baum? Ja, ich hatte solche... Überhaupt keine Angst. Ich bin ein tapferer Hund. Ich bin Ryder. Und wie heißt du, kleiner Kerl? Ich heiße Rubble. Hört sich an, als wärst du sehr hungrig, Rubble. Naja, jetzt, wo du es erwähnst. Hallo, hier spricht Ryder. Ryder, Kumpel, hier ist Jake. Hey Jake, wo bist du? Ich sitze in der Klemme, Mann. Ich bin von riesigen Schneebrocken eingeschlossen. Schneebrocken? Geht es dir gut? Alles Paletti, aber ich kann mich nicht alleine durch die Brocken graben. Sie sind zu groß und zu schwer. Könnte deine Paw Patrol mir raushelfen? Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Cool, danke Ryder. Du kannst auf uns zählen. Ryder, Snowboard fahren ist der Wahnsinn. Ich habe übrigens vier Pfoten, falls du Hilfe brauchst. Na ja, wir müssten etwas von dem Schnee bewegen, um Jake befreien zu können. Das geht rucki zucki. Warte! Rubble, du könntest verschüttet werden. Rubble? Rubble? Jake, hast du zufällig einen kleinen Hund bei dir? Du meinst diesen coolen Schneetunnelbuddler hier? Oh, okay, okay, okay. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Glaub mir. Oh, das geht süß. Er hat dich befreit. Gut gemacht, Rubble. Ja, danke. Du hast es drauf. Ist dieser kleine Buddler das neueste Mitglied der Paw Patrol? Fellfreunde, ich habe euch etwas Wichtiges zu sagen. Was ist denn? Was könnte das sein? Rubble hat jetzt ein Zuhause. Dort hat er etwas zu fressen, Freunde, ein warmes, schönes Körbchen und eine wichtige Aufgabe. Das sind tolle Neuigkeiten, Rubble, aber du wirst uns fehlen. Ja, du bist ein cooler kleiner Kerl. Er wird euch nicht fehlen. Rubbles neues Zuhause ist hier. Er ist das neueste Mitglied der Paw Patrol. Wirklich, wirklich, wirklich. Und weil du doch so gerne buddelst, bist du ab jetzt unser Bauarbeiter. Ja! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja! Ich bin dabei! Du hast doch nichts gegen eine eigene Hundehütte und sowas einzuwenden, oder? Nein, ich bin natürlich dabei. Anscheinend braucht ihr meine Hilfe, ja? Rubble, jetzt gehörst du zur Paw Patrol. Versprich, dein Bestes zu geben und immer eine helfende Pfote anzubieten. Ich verspreche. Dann überreiche ich dir hiermit deine offizielle Paw Patrol Hundemarke. Wow, cool. Und deinen ganz persönlichen Bauarbeiterschutzhelm. Jetzt gehörst du offiziell zur Paw Patrol. Willkommen an Bord. Eine Sache noch, Rubble. Am Ende der Rutsche erwartet dich eine Überraschung. Wirklich, wirklich, wirklich? Wirklich. Zieh es dir an. Großartig. Wuhu! Wuhu! Bravo! Wuhu! Ja! Der ist für mich. Dir fehlen zwar noch ein paar Zentimeter, bis du ans Lenkrad kommst, aber das dauert nicht mehr lange. Wow, Apollo. Du steckst in einer verzwickten Lage. Haha, wir helfen dir. Wuhu! Wuhu! Leiter! Okay, Rocky. Los, du entwürst Apollo. Wuhu! Wuhu! Ja! Danke, Rocky. Und gerade rechtzeitig. Mein Supergehör empfängt nämlich die Schwingung vom Spinnenkönig. Rubble, schnell! Hol deinen Bagger und schieb die Felsbrocken vor den Tunnel. Beeil dich. Auf geht's, Kumpel. Ich hab ihn abgeklatscht. Mein Helden. Die Pfote wasch ich ganz sicher nie wieder. Halt rein! Gut gemacht, Freunde. Oh, oh, der Spinnenkönig ist stärker als wir dachten. Rocky und Rubble, helft Sky die restlichen Häschen wegzubringen. Klar, ich mag süße, kleine, putzi-wutzi-Häschen sowieso lieber als fiese alte Spinnen. So, jetzt haben wir alle Häschen. Ich hebe jetzt ab! So, jetzt geht es los. Bereit, Fellfreunde? Ich habe alle Spinnennetze aufgerollt. Sie sind jetzt einsatzbereit. Wow, die funktionieren bestimmt klasse. Chase, bist du soweit? Wuh, Tennisballkanone. Wuh, Wasserdüsen. Ähm, Superheldenpose. Mein Freund Rubble und ich haben die Barriere extra stark gemacht. Spinnenkönig, da kommst du niemals durch. Vielleicht hat er es nicht richtig verstanden? Rocky und Rubble, fangt die Spinne mit ihrer eigenen Klebefalle. Setze Spinnenkugeln ein. Apollo, du bist dran. Coco, krieg mich doch. Der gibt nicht auf. Wir brauchen etwas, das noch mehr klebt. Rubble, ich weiß, dass du Angst vor Spinnen hast und der Spinnenkönig ist die größte von allen. Aber kommst du nahe genug an ihn ran, um die Felsplatte von der Teergrube zu schieben? Ist ja nur eine Spinne und schließlich bin ich Super Rubble. Hab keine Angst, ist bloß ein gigantischer Spinnenkönig. Hierher, Spinnenkönig. Wir schaffen es, Rubble. Du kriegst mich nicht, Spinnenkönig. Gut gemacht, Freunde. Lasst uns von hier verschwinden. Durch diese Felsen kommt der Spinnenkönig bestimmt nicht so schnell durch. Das hat ihr echt toll gemacht. Ihr wart wirklich alle Superhunde. Danke, Helfer auf vier Pfoten. Dir danke ich besonders, Rubble. Du hast deine Angst vor Spinnen überwunden, um die Lage zu retten. Auf deine persönliche Superweise. Ach, war doch nichts. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich werde dran denken. Hey, Rubble, wach auf. Wach auf. Was? Du hast den ganzen Apollo-Superhund-Fernsehabend verschlafen. Im Ernst? Das war alles nur ein... Ach, nicht so wichtig. Schaltet das nächste Mal ein, wenn Apollo die Lage rettet auf seine eigene Superweise. Hallo? Wohnt hier drinnen ein Geist? Vielleicht ist er beschäftigt. Gehen wir dieser Sache auf den Grund. Tut mir leid. Es ist nur mein knurrender Magen. Hier riecht es nicht nach Geist. Wie riecht denn ein Geist? Na, gruselig. Ach, tuff! Ah! Rubble? Wo ist er hin? Der Geist hat ihn erwischt. Rider? Rubble ist noch da. Aber er ist nicht allein. Nicht allein? Rider! Wauwauwauw! Jaul weiter, Rubble. Wir kommen! Ich warte hier. Schnell! Wauwauwauwauw! Oh nein! Rider! Es klingt, als wäre Rubble hinter dieser Wand. Hm, aha! Rider, Hilfe! Ich meine, ich hatte keine Angst ... Hahaha. Keine Sorge, Rubble. Oh, ein geheimes Zimmer. Cool. Hä? Was ist das? Ich vermute, das sind... ...Mäuse. Das erklärt dein verschwundenes Mittagessen. Da, die bringen die Bilder zum Schaukeln. Und die Mäuse lassen das Licht flackern. Und die Geheimtür haben sie auch geöffnet. Ich wusste die ganze Zeit, dass es kein Geist ist. Ich frage mich, wovor ihr solche Angst hatte. Also, gibt's hier gar keinen Geist? Nein, ich seh da nur Mäuse. Und zwar jede Menge davon. Hey, ihr kitzelt mich an den Pfoten. Das war das letzte Mauseloch. Jetzt gibt's kein Geist mehr, Jake. Puh, zum Glück ist der Spuk vorbei. Oh. Aber Ryder, die armen kleinen Mäuschen. Diese Hütte ist ihr Zuhause. Ich glaube, da fällt uns was ein, stimmt's, Fellfreunde? Wau! Fertig ist das neue Mäusehaus. Und hier kommt das letzte Detail. Sie lieben ihren neuen Erdnussautomaten. Danke, Ryder. Wenn du uns brauchst, reicht ein Buh laut aus. Ryder, dürfen wir heute Nacht neben der Hütte zelten? So wie die Goldgräber früher. Natürlich dürft ihr so brav, wie ihr gewesen seid. Schade, dass es kein Geist war. Ich sag doch schon die ganze Zeit, dass es keine Geister gibt. Ein Geist! Ehrlich gesagt, war das mein Magen. Ich hatte immer noch kein Mittagessen. Hier für dich, Rubble, weil du so tapfer warst. Hier. Kayleigh, wo willst du hin? Die Gleise sind unbeschädigt. Wir müssen also nur die Felsbrocken von den Schienen räumen. Dann kann der Zug weiterfahren. Rubble macht das rucki zucki. Ich sehe mir mal den Schaden an der Brücke an. Ich weiß nicht, wie lange sie den Zug noch tragen kann. Oh, oh, Rocky. Einer der Stützpfeiler ist gebrochen. Warte kurz, Ryder. Ich kann ihn nicht hören. Jetzt geht's. Einer der Stützpfeiler hat einen Riss. Wenn er ganz durchbricht, stürzt der Zug in die Tiefe. Wir müssen ihn abstützen. Ich weiß was. Wir brauchen einen der Baumstämme neben der Bahnstrecke. Rocky, kannst du mir einen runterbringen? Das funktioniert nicht. Mein Lastwagen schafft es nicht darunter, Ryder. Es ist zu steil. Wir brauchen Pfotenunterstützung. Chase, ich brauche dich und deinen Polizeiwagen so schnell wie möglich an der Brücke. Ein klarer Fall für Chase. Da bin ich, Ryder. Was soll ich tun? Wir brauchen deine Seilwinde, um diesen Baumstamm runterzulassen. Der Stamm soll den gebrochenen Stützpfeiler abstützen. Ein klarer Fall für Chase. Perfekt. Los geht's. Noch ein bisschen tiefer. Sehr gut, Chase. Genau richtig. Ist er stabil genug? Ja, es wird jedenfalls so lange halten, bis der Zug von der Brücke gefahren ist. Alle Felsbrocken sind weggeräumt, Ryder. Danke, Rubble. Katie, sag dem Lokführer, dass die Gleise wieder frei sind. Er kann den Zug jetzt von der Brücke fahren. Ich sag's ihm, aber ich mach mir Sorgen. Wieso? Kaylee ist verschwunden. Habt ihr das gehört? Das war Kaylee. Chase, kannst du... Ein klarer Fall für Chase. Kaylee, bin ich froh, dich zu sehen. Ach, Kaylee, das ist nicht... Rede wert. Ich wusste, dass Ryder und die Paw Patrol es schaffen würden, aber wo ist Kaylee? Kaylee, du ungezogenes Kätzchen. Danke, dass du es dir gerettet hast. Chase, du bist so ein braver Hund. Gern. Geschehen. Nichts Besonderes für einen Polizeihund. Großartig. Ja, wir haben es geschafft. Wow. 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 Das hier muss der Steinschlag sein. Ich sehe Captain Turbett und François und den Knochen. Ich sehe sie. Ich sehe sie, aber die Felsen versperren ihn den Weg. Und was sollen wir jetzt tun? Wir müssen die Straße freiräumen. Kannst du das übernehmen, Rubble? Was diese Straße braucht, ist ein R-I-V-A. Rubble in voller Aktion. Gäbchen-Tourer. B-I-V-A- достаточно reconstruction. B-I-V-A-zukluck es trifft zu R-I-V-A-S-I. B-I-V-A-S-mas. K-i-V-A-S-S-Hur. B-I-V-A-S-S-H-H-S-H-A-S-H-S-H-I-V-A-S-H-S-H-A-S-H-S-H-S-H-S-H-S-H-S-H. uana-F-S-H-V-A-S-H-S-H-S-H-S-H-S-H. Gut gemacht, Rubble. Jetzt können wir mit der Rettungsaktion anfangen. Sie haben es geschafft. Die Felsen sind geräumt. Sag mir einfach, wenn ich wieder unten bin. Sie sind wieder unten. So schlimm war es gar nicht. Jetzt bist du dran, Horatio. Ich bleibe hier, bis der Knochen in Sicherheit ist. Sind Sie sicher, Captain? Es könnte gefährlich werden. Ich pass schon auf. Wenn alles gut geht, hat Adventure Bay bald ein vollständiges T-Rex-Skelett. Juhu, ja. Hoh, der. Entschuldigung. Fellfreunde, lasst uns den Knochen und Captain Turbett sicher nach unten bringen. Sky, ich brauch das Gurtzeug. Kommt sofort, Ryder. Rubble, halte dich bereit, um den Knochen runterzulassen. Ich helfe Captain Turbett beim Ausgraben. Rucki-zucki, Ryder. Auch wenn ich lieber drauf herumkauen würde. Los geht's, Sky. Oh, Ryder. Etwas näher ran, Sky. Sei vorsichtig, Ryder. Also los, Captain. Graben wir den Knochen aus. Der Knochen ist locker. Also gut, Rubble. Bring den Kran in Position. Verstanden, Ryder. Ruff. Hier kommt der Kran. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut, du hast ihn. Juhu. Rubble, los. Oh, ich hab ihn. Jetzt schön vorsichtig sein. Puh. Leider hat sich nicht nur der Knochen gelockert. Oh. Ryder? Hilfe. Sky, ich hänge sicher am Kran. Als nächstes braucht Captain Turbett ein Gurtzeug. Legen Sie's an, Captain. Juhu. Ihr habt es geschafft. Toll gemacht, Sky. Danke, Ryder. Oh, er ist wunderschön. Juhu. Oh, Horatio. François. Oh, ho, ho, ho. Ich habe den perfekten Dinosaurierknochen gefunden. Damit werde ich garantiert der Naturforscher des Jahres. Ich meine, wir werden die Naturforscher des Jahres. Und die Fellfreunde. Er passt perfekt. Und hiermit erkläre ich dieses Skelett für komplett. Mensch, endlich sind wir mal nicht die Einzigen, die sich über einen Knochen freuen. Ich glaube, es gefällt ihm hier. Woher wissen Sie das? Seht doch nur, wie er lächelt. Ich möchte ein Foto der mutigen Entdecker machen. Äh, das waren ich, mein Cousin, Ryder und die Paw Patrol. Das stimmt. Ihr wart wieder sehr brav, Fellfreunde. Und nicht vergessen, wer immer uns braucht, brüllt einfach ein Dino laut. Los geht's. Bitte recht freundlich. Was für ein schönes Bild. Los, fließt weg. Kusch, Kusch. Tut mir leid für euch, aber ihr bekommt die Schildkröten nicht. Die Schildkröten überqueren die Straße. Chase, die Autos. Ein klarer Fall für Chase. Tut mir leid, Umleitung. Hier ist vorübergehend eine Meeresschildkrötenüberquerungszone. So ist es richtig, Schildkrötchen. Schildkröten zusammenbleiben, schlieg ich die Straße überqueren. Wieso haben die Schildkröten denn ihre Eier bloß hier drüben abgelegt? Schildkröten legen ihre Eier jedes Jahr am selben Platz ab. Wahrscheinlich gab es diese Straße hier früher gar nicht. Vielleicht sind sie früher durch diesen Gully gekrochen. Unter der Straße hindurch bis hierher. Durch diesen Tunnel. Aber jetzt ist er mit Sand blockiert. Kannst du ihn freimachen, Rubble? So sicher, wie ich mich beim Bauchkraulen auf den Rücken werfe und winde wie ein Wurm. Natürlich kann ich das. Wenn Rubble den Tunnel wieder freigemacht hat, müssen die Schildkröten nie wieder die Straße überqueren, um ins Wasser zu kommen. Packen wir es an! Oh nein, ein Sturm! Riesige Wellen! Das Schiff kentert! Oh oh! Was machen die kleinen Schildkröten denn hier am Wasser? Seht mal, ich hab sie gerettet! Wieso hast du die Schildkröten zurückgebracht? Sie wollten gerade direkt ins Wasser gehen. Da gehören sie ja auch hin. Ins Wasser? Ja! Meeresschildkröten verbringen einen Großteil ihres Lebens im Wasser. Rubble baggert den Tunnel unter der Straße wieder frei, damit sie sicher ins Meer kommen. Oh, dann bringe ich sie schnell wieder zurück. Warte, Alex! Weißt du noch, was Katie gesagt hat? Man sollte die Schildkröten nicht berühren. Kein Mensch und kein Fellfreund sollte sie anfassen. Sie schaffen das allein. Los, Schildkröten, los! Die Öffnung ist zu klein für meine Baggerschaufel. Dann kriegen wir den Tunnel nicht frei? Ich sagte zu klein für meine Baggerschaufel, aber doch nicht für die Rubble-Spezialschaufel. Haut ab, ihr blöden Möwen! Oh, das ist doch Zuma's Surfdingsbums. Alex Potter, Surfdingsbums! Weltmeister! Cool! Ich fliege! Oh-oh! Ich fliege! Oh-oh! Oh-oh! Spuh! Diese Pfoten haben Flügel! Oh-oh! 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 Alex, lenke Richtung Strand! Aber ich hab doch gar keinen Lenkrad! Arme Sky. Ich kann gar nicht hinsehen. Sie hat ihn, ich wusste, sie schafft es! Ja, Skye. Tolles Manöver. Ja, Skye. Du hast es geschafft. Ich hatte ja solche Angst. Ich meine, äh, echt toller Flug. Ja, du hast mich gerettet, Skye. Gern geschehen. Das war ja mein Job. Oh, ja, genau da. Rubble, du hast es geschafft. Gut gemacht. Jetzt haben die Schildkröten für viele Jahre einen sicheren Weg zum Meer. Leute, seht mal. Sie benutzen den Tunnel. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Wird die Paw Patrol gebraucht, gebt laut. Ja. Fellfreunde, ihr habt euch einen Strandtag verdient. Ihr Klang seid ganz groß. Das wären wir ohne euch bloß. Jetzt ist das Spiel in Zeit. Kein Nutzer weit und breit. Was ist los, Alex? Da ist was in meiner Hosentasche. Hey, Rubble, weißt du, was musikalischer Mais ist? Was? Popcorn. Das war gut. Wir haben's geschafft. Ja, das Labyrinth ist fertig. Eine echte Mais-Kerleistung. Und wir haben jetzt jede Menge Maiskulpen für den Grill. Aber erst einmal muss der Mais aus der Schale raus. Mais-Schein? Los, fangen wir an. Noch ein Berg geschälter Mais ist fertig. Danke, Fellfreunde. Ohne euch beide hätte ich das garantiert nicht geschafft. Ihr könnt euch jetzt waschen gehen. Uns waschen? Wir? Wieso denn? An uns hängt mehr Staub und Stroh, als auf Erls Feld liegt. Komm mit. Ja, geh mit. Oh, riechst du das, Chikaletta? Das Einzige, was Chikaletta noch lieber mag als Mais, ist gegrillter Mais. Und das Einzige, was sie lieber mag als gegrillten Mais, ist ein Mais-Labyrinth. Und so ein meisterhaftes Mais-Labyrinth habe ich noch nie gesehen. Danke, Frau Bürgermeisterin. Na, dann wollen wir den Mais mal grillen. Oh, oh. Oh, je. Die glühenden Kohlen sind überall verstreut. Rufen Sie die Paw Patrol. Wird gemacht. Ah, hallo, Al. Wir wollten demnächst zu dir kommen. Die Paw Patrol muss sofort kommen. Was ist denn los? Bettina hat den Grill umgeworfen. Die glühenden Kohlen sind auf die Maiskolbenhaufen gefallen und glimmen dort weiter. Ich brauche die Paw Patrol, bevor aus dem Grillen der Maiskolben ein Scheunbrand wird. Keine Sorge, Al. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Danke, dass ihr gekommen seid. Die Kohle liegt überall herum. Wir müssen sie löschen, bevor wir mit dem Maisfest beginnen. Keine Sorge. Marshall macht das. Genau. Wasserkanone. Hey, ich mag Popcorn im Mund, nicht auf meiner Nase. Viel besser. Popcorn? Das sollten wir uns genauer ansehen. Wow, die Kohlen haben die Maiskolben von unten so stark erhitzt, dass sie zu Popcorn werden. Das ist nicht gut. Marshall, kühl sie ab. Wird erledigt. Wasser, marsch. Sehr gut. Oh oh, noch mehr Popcorn. Da drüben auch. Freunde, zu Hilfe. Ich stecke bis über beide Ohren in Popcorn. Wollen wir später nicht ins Kino gehen? Überall liegt jetzt haufenweise Popcorn herum. Hm, ich hab eine Idee. Sag mal, Al, was hältst du von einem Maislabyrinth und Popcorn-Festival? Oh, tolle Idee. Super. Rubble kann das ganze Popcorn mit seinem Baggerlader einsammeln und wir anderen füllen es in Tüten ab. Das Popcorn ist abgefüllt und das Labyrinth wieder frei. Und die glühenden Kohlen sind auch alle gelöscht. Danke, Fellfreunde. Danke, Ryder. Ist doch gern geschehen, Al. Und wenn's mal wieder mit dem Grill nicht hinhaut, gib einfach laut. Dürfen wir mal am Popcorn schnuppern? Also schnuppern und essen, meine ich. Natürlich dürft ihr. Ihr seid so brave Fellfreunde. Mh, lecker. Echt erstaunlich, wie groß ein Maiskorn wirkt, wenn man daraus Popcorn macht. Entschuldigung. Echt erstaunlich, wie groß Rubbles Bauch wird, wenn er Popcorn gegessen hat. Lecker. Ich spare mir meinen für später auf. Wenn ich Hunger habe, weiß ich, wo ich suchen muss. Hä? Wow, eine eingebaute Wasserdüse. Marshall, was hast du da ausgegraben? Ich weiß es nicht, aber es kitzelt. Hey! Oh! Danke für die weiche Landung, Rubble. Und danke für die Knochen. Puh, das ist viel Arbeit. Aber diese Möhren pflücken sich nicht von selbst. Oder vielleicht doch? Oh, ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, Wasser, aber könntest du nicht auch gleich das Unkraut rausschießen? Oh, du je. Oh, wir sind auf dem Dach gelandet. Oh, was für eine wundervolle Aussie. Und es ist eine schreckliche Katastrophe. Oh, Ryder! Hilfe! Hallo, Frau Bürgermeisterin. Was ist los? Ich hänge in der Luft und Henriette auch. Rätselhafte Wasserstrahlen schießen plötzlich überall in der Stadt aus dem Boden. Einer hat uns aufs Rathausdach gespült. Und wir rutschen ab. Wir sind gleich da und holen sie runter. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Oh, ihr schafft das. Ihr schafft das schon. Ja, so ist es gut. Jetzt müssen sie und Henriette sich schön festhalten. Rubble, jetzt hol die Bank mit deinem Kran runter. Geht klar. Oh, Kran! Ryder! Wir saßen gerade so da. Oh, da schoss das Wasser plötzlich raus. Oh, nein! Wow, super Timing, Everest. Oh, meine Heldin! Und Henriette das natürlich auch. Ich helfe gern. Aber Ryder, ich brauche auch Hilfe. Sag schon, was gibt es? Jake und ich haben Touristen herumgeführt und plötzlich gab es eine Gerölllawine. Und jetzt sitzen alle fest. Wir sind dran. Rubble, Sky, los kommt. Frau Bürgermeisterin, wir müssen Jake helfen. Danach kümmern wir uns um die Wasserstrahl. Jake, wir holen euch raus. Rubble, schafft den Stein beiseite. Ich werde versuchen, ihn mit der Schaufel wegzuschieben. Danke, wir saßen wirklich in der Klemme. Hört sich wie der alte Johann an. Aber irgendwas stimmt da nicht. Los, kommt! Oh Mann, der alte Johann kann kein Wasser ausstoßen, weil der große Felsbrocken ihn verstopft. Deswegen schießt das Wasser überall aus der Erde, Freunde. Wenn der alte Johann blockiert ist, muss sich das Wasser einen anderen Weg suchen. Rubble und Everest, bekommt ihr den Stein weg? Versuchen wir es! Ryder, das Ding rührt sich nicht vom Fleck. Der Felsbrocken sitzt richtig fest. Hey, ich hab ne Idee. Wenn wir alle gleichzeitig schieben, während der Geysir das Wasser rausdrückt, hilft uns der Wasserdruck vielleicht. Das ist ne super Idee, Ryder. Also, legen wir los. Dann strengt euch mal an. Schiebt! Ich kann die Schiete! Ja! Geschafft! Sieh mal! Die Hunde haben den alten Johann für uns befreit. Danke, Paw Patrol! Gern geschehen. Und immer dran denken. Hilf wollen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Aha! Der perfekte Platz, um den Knochen zu vertrafen. Ups! Sind das wieder die Geysire? Nein, ich glaube, Marshall hat zu heftig gebuddelt und ein Loch in die Wasserleitung gemacht. Und ich bin voll nass geworden. Ups! Tut mir leid, Rocky. Ist schon gut, Marshall. Du bist trotzdem ein toller Hund. Ich meine, ihr seid alle tolle Hunde. Ja, und schön nass. Mega-Fund! Everest, bitte planiere die Snowboard-Piste. Ich leg los. Rubble, du gehst mit Everest und baust die Buckel und Sprungschanzen. Rubble, bau die Buckel und die Sprungschanzen. Danke, Chase. Rub, rub! Chase, markiere die Strecke mit Verkehrskegeln. Chase, markiere die Strecke mit... Verstanden, Ryder. Jake und ich fahren vor, damit ihr wisst, wo ihr planieren und markieren müsst. Jahoo! Juhu! Rubble, mach das Rucki-Zucki! Oh, oh, stopp! Hinter diesen Bäumen befindet sich eine steile Felswand. Die neue Piste darf nicht zu dicht daran vorbeiführen. Hast du gehört, Chase? Du weißt, was zu tun ist. Schon verstanden. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt kann der total abgefahrene Snowboard-Wettbewerb anfangen. Ruff, ruff! Legt ihr los, Fellfreunde! Ruff, ruff, ruff! Ruff, ruff, ruff! Ruff, ruff, ruff! Los, Catastrophen-Kätzchen-Crew! Ich habe ihn mit dir. Wirklich? Danke, Chase. Los, Fellfreunde! Los, Katastrophen-Kätzchen-Crew! Und wie ihr hier verliert? Auf die Plätze! Fertig und los! Juhu! Riff! Riff! Und sie fliegen die Piste runter. Everest und Rubble liegen in Führung. Juhu! Großartig! Los, Fellfreunde, ihr macht das toll! Ja! Ihr wisst, was zu tun ist, Katastrophenkätzchen-Crew. Springen! Da! Juhu! Aufgefallen! Juhu! 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 Aufgefahren! Juhu! 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 Oh nein! Ryder! Die Kätzchen sind vom Kurs abgekommen. Sie fahren auf die tiefe Schlucht zu. Verstanden, Skye. Rubble, Everest, Chase. Ryder! Die Katastrophenkätzchen fahren direkt auf die Schlucht zu. Sie brauchen Hilfe. Ich bin unterwegs. Wir fahren sofort hin. Snowboard! Wurfanker! Lass mich runter und auf mein Kommando hochziehen. Geht klar. Noch ein bisschen. Hab sie! Los, Everest, zieh uns hoch! Düsen wir los! Hurra! Großartig! Glück gehabt, Kätzchen, dass Everest und die Paw Patrol wegen des Wettbewerbs in der Nähe waren. Wo seid ihr denn alle abgeblieben? Ich bin schon lange im Ziel. Hey, Kätzchen. Wenn ihr wieder mal unsere Hilfe braucht, gebt laut oder miaut einfach. Ja, dann, danke schön oder sowas. Gehen wir, Kätzchen, und zwar auf die Piste. Ihr müsst üben. Wer hat Lust auf noch eine Abfahrt? Hurra! Noch mal! Ja! 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 Ich bin hier, Zuma. Ja! Ja, ich bin hier. Ja, jetzt kann ich doch mithelfen. Bin schon unterwegs. Danke, Zuma. Okay, Sky. Lass die Querstange runter. Marshall, fahr deine Leiter aus. Mach ich. Leiter. Okay, Rocky. Jetzt schraub sie zusammen. Schraubenschlüssel. So gut wie neu. Sieh dir das an, Marshall. Wow. Jetzt fühle ich mich super groß. Wow. Hey, das macht Spaß. Halt dich fest, Alex. Vorsicht. Ich bin direkt hinter dir. Rettungsring. Danke. Oh, oh. Die Straße führt zur kaputten Brücke. Ich muss Ryder anrufen. Alles fertig, Ryder. Leiter, Einfahrt. Hey, warte auf mich. Das ist ja ganz schön hoch hier. Danke, Ryder. Die Vorstellung kann beginnen. Obwohl ich glaube, dass Marshall noch ein bisschen Übung braucht. Hey, Zuma. Hast du die Flusspferde eingefangen? Nein. Die sind total in Panik geraten und rennen jetzt zur kaputten Brücke. Oh nein. Niemand sollte die Brücke betreten. Oh, meine Flusspferde werden sie niedertrampeln. Wir sind unterwegs, Zuma. Rubble, ich brauch deine Hilfe. Rubble ist der Retter. Halt ihn sofort an. Hey, komm zurück. Wie sieht's aus, Zuma? Nicht gut. Sie sind immer noch weit voraus und rennen sehr schnell. Sie dürfen auf keinen Fall auf die Brücke. Rubble, schaffst du es, den Baumstamm auf die Straße zu schieben? Na klar, schaff ich das. Okay, ob die Flusspferde da vorbeikommen? Ich bin gespannt. Die Flusspferde sind einfach zu groß, wenn man sie nur irgendwie weglocken könnte. Ich weiß wie. Der Direktor sagte doch, die Flusspferde sind verrückt nach Seerosen. Und ich weiß, wo wir welche finden. Okay, dann besorgen wir uns mal ein paar Seerosen. Zuma, nimm deinen Rettungsring, um an die Blüten zu kommen. Rettungsring! Ja! Der erste Wurf ist ein Treffer. Juhu! Toll gezielt, Zuma! Zuma! Schnell! Ja, sie sind wirklich verrückt nach Seerosen. Natürlich gäbe es heute keine Vorstellung ohne die mutige Paw Patrol. Wenn Ihre Flusspferde außer Kontrolle tanzen, ein Anruf reicht. Ja! Ganz genau. Jetzt freuen sie sich auf das neue Kunststück – Flusspferd Daisy und ihre Flusspferd-Babies. Oh, warten Sie. Ihre Flusspferde sind wirklich reizend. Aber nicht, dass sie wieder die ganze Stadt durchschütteln. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Ryder und Rocky haben das Problem gelöst mit Schuhen aus Kissen. Und ein besonders hilfsbereiter Hund wird jetzt den Tanz anführen. Komm bitte her, Zuma! Ja, komm her. Zuma hat den Tag wirklich gerettet. Freunde, zeigt Ihren besten Trick. Eins, zwei, drei und kick! Ihr müsst nicht traurig sein. Ich baue euch ganz schnell ein neues Zuhause. Eins, das nicht so leicht kaputt geht. Naja, es war ziemlich stürmisch heute Nacht. Vielleicht hat es der Wind umgepustet. Nein, so doll war der Wind nicht und außerdem habe ich ein Heulen gehört. Wie von einem Wolf. An dem Strohballen hat jemand geknabbert. Und Wölfe fressen kein Stroh. Und die Spuren sind keine Wolfstatzen. Hoppla! Hallo, Kolinda. Chase, setz deine Spionbrille auf. Vielleicht siehst du dann mehr. Wuff, wuff! Spionbrille! Das ist die Spur. Und das ist der Huf. Sie stimmen überein. Sie hat einen vollen Bauch. Wahrscheinlich hat sie das Haus gefressen. Du hast recht. Aber ich habe gestern Abend was heulen gehört. Wir haben ganz viele Äste gesammelt. Sehr gut. Und jetzt bauen wir den Schweinchen ein neues Haus. So, das Haus ist fertig. Das habe ich doch gern gemacht. Das kitzelt. Äh, Ryder? Ich habe schon wieder Besuch. Also das gibt's doch nicht. Ich komme sofort. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Das neue Haus ist auch wieder kaputt. Oh, gestern Abend war es auch wieder sehr windig. Aber ein Sturm war es nicht. Und ich habe auch wieder das merkwürdige Heulen gehört. Keine Sorge, Bäuerin Yumi. Wir kriegen bestimmt raus, was es war. Hallo, Ryder. Was gibt's? Rubble, komm mit deinem Bagger. Wir wollen ein Haus aus Stein bauen. Rubble ist der Retter. Ryder, ich glaube, an den Ästen hat auch jemand geknabbert. Und dieses Mal sieht man Zahnspuren. Und man sieht Zahnspuren, die sind richtig groß. In meinem Bilderbuch hat der Wolf ganz große Zähne. Wölfe fressen kein Holz. Und Kühe auch nicht. Das heißt, dass es auch nicht Kulinder war. Und von wem sind dann die Spuren? Die sind aber groß. Ich habe gleich eine Ladung Steine mitgebracht. Sehr gut. Rocky, kannst du Rubble helfen? Für meine Freunde, die Schweinchen, tue ich alles. Dreifach. Schaufel, bauen wir ein Haus. Chase, lass deine Flugkamera die Spuren verfolgen. Ja, gute Idee. Kamera. Und los. Die Kamera hat was entdeckt. Und das hat einen großen Po und einen ganz breiten Schwanz. Nichts wie hin. Das ist Bernie. Die Riesenspuren sind von dem Biber-Schwanz. Er baut einen größeren Damm. Und ich weiß auch genau, warum. Oh, Bernie hat ja eine Familie. Er braucht jetzt unheimlich viele Äste. Das wird schön, Bernie. Vielen, vielen Dank. An den Steinen wird ja hoffentlich niemand herumknabbern. Das habt ihr echt toll gemacht. Gut, dass ihr fertig seid. Es zieht wieder ein starker Wind auf. Hoppla. Oh, das ist der Wolf. Hm, Wölfe hören aber nicht mittendrin auf zu heulen. Sehr komisch. Als hätte es jemand abgeschnitten. Ja, oder runtergeworfen. Manchmal, wenn ein Eimer komisch steht und der Wind bläst. Dann gibt es ein heulendes Geräusch. Cool. So was kann man auch mit Flaschen machen. Jetzt haben wir den Wolf gefunden. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Danke, Ryder. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Ich bin ja schon so gespannt, wie die Schweinchen ihr Neues zu Hause finden. Na los, kommt. Wo willst du denn hin? Jetzt müssen wir alle in die Badewanne. Ja! Gut gemacht, Fellfreunde.